Leute wir spielen wie normal Touchlight Einleitung hin oder her scheiß drauf einfach mal weiter da 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 Jo hier waren wir stehen geblieben Jo schön ausrüstung, schönes Schild welches ich mal öffne? Wir gehen nach unten und viele Streif Streiftreffer wenn uns dann mal den Typen an der Rede ich hab den Mogen wieder aufzustellen müssen ihr ihn wahrscheinlich nicht hören aber ich kann ja lesen Popp nicht nett richtig nett oh so aufgeregt ne nicht ernte aber ich kann schon mal nichts mit dem Hahn geht doch ich habe mich in seiner Präsenz gesucht weiß ich manchmal mehr als er sein Geist durchdringt den Stein und könnte noch weiter konzentriert werden um seine Stimme der Welt zu bringen dann gemeinsam werden wir Orttrag aus des Nackens befreien Königreiche werden vor uns aus dem Kuh hear freien geblendet vom Glanz unserer Überlegung niemand wird es wagen Die toten Tafeltheit unserer Kunst oder Ortax-Macht anzuzeigen. Yo. Er ist glücklich blemblem. Und nein, hier war ich noch nicht. Alle überall Glutstein. Holy fuck. Shit. Das war mir etwas zu viel Damage. Das war mir etwas zu tun. Ich muss so fett auf die Verteidigung skillen. Ich muss so fett auf die Verteidigung. Schwarzer Palast. Ebene. Weiß ich mal nicht. Ja, Flapsanzeige blockiert ja mal gern. Ich hoffe, ne, ich hab so'n Ding nicht dabei. Ich muss mich langsam vorfallen. Mir geht einfach noch etwas übertrieben Damage. Oh ja, der sieht mir eher wie ein Boss aus. Ach, wie nicht wie ein Boss, wie eine Mission. Diese Missionspiech. Ach, sag bloß, dass du verbundet bist. Ich bleibe 26, die Gegner sind auch schon auf dem Level. Schön, wenn ich Ruhmherland habe. Ich bräuchte irgendwie gleich weniger... Ach so, das ist diese Falle. Magiewaffen, Beschwörung, Sauerschütze. Schütze. Rüstung. Aha. Ich hab sowieso hier Rüstung 31 oder was auch immer. Und dann erhöht 4% auf Rüstung gegen... Jo, machen wir einfach mal. Denn momentan ist mir mein Damage-Output dann etwas unwichtiger. Pam, pam... Freut man sich ja noch irgendwann mal auf Diablo 3, wenn das mal nach irgendeinem Jahrhundert mal rauskommen sollte. Nein, 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 nein. Das ist doch, ich hab alles an. Hier sieht man auch, dass die Nadelfalle eigentlich besser ist als die andere. Dann übertreibt es doch nicht, Leute. Nein, ich schaue es lang zu gehen. Da sind Ständer, oh ja, es geht hier lang. Dann würde ich mal sagen, geh' ich mal zurück. Ah, das sind Port-Teleporter. Sag das doch gleich. Ich hab' mich schon gewundert, was hier auf einmal mit mir passiert. Das sind alles Teleporter. Ah, schon verstanden. Oh man. Jetzt sind es so rum hier. Jetzt befindet sich hier kein Teleporter. Oh man. Ich hab' mich erstmal hochgehielt. Epischer Speer. Episch. Ich kann ihn nicht mitnehmen. Jetzt kümmern wir uns dann erstmal um, naja, Ausrüstung. Episch. Ja, mit dem wollte ich aber gar nicht reden. Okay, seine Mission haben nicht abgeführt, ausgeführt. Wo die von dem anderen ist, weiß ich auch nicht, der sagte in Ebene. Ebene 30. Ja, auf jeden Fall die Sache ist jetzt, dass ich die Mission von dem hier, die ganzen Missionen, die ich dadurch mal eigentlich irgendwann hätte machen müssen, jetzt einfach mal nachholen. Jetzt erstmal meine Jacket mir nochmal geholt, das wird Schend ... Wenn du beim Klick auf einen Gegenstand im Gate, da du sie im Chef gedrückt, dann es wird sofort verkauft oder sowas. Treppe nach oben. Verlassene Höhle, Ebene 1. Wieso kann ich die Treppe nach oben machen? Achso, das... Irgendwie scheint es mir so, als ob die sich immer aktualisieren. Dass ich die alten auch hätte machen müssen. Naja, wer sieht? So, nochmal Elektrofallen hingetan. Alter. Ich brauch die Mission definitiv für mehr Erfahrung. Pam, 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 pam. Oh, schön, wenn die Gegner mehr mit ihren Anfänger ganz normaler wieder abziehen. Malen, 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 malen. Pam, 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 pam. Nein, ich fache es. Nein, ich fache es. Nein, ich fache es. Nein, ich fache es. Wieder irgendwas episches. Hey, ein Helm, der... ...nicht zu viel bringt. Okay, Mann hat den Geburtenstuhl nicht ganz zu viel verkaufen. Ja, verkaufen. Kann ich auch nicht, kann ich ihn nicht tragen. Jetzt ist mein Inventar voll. Laufrund. 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 Laufrund, Laufrund... ...kann ich ja gar nicht weg tragen. Laufrund, Laufrund, ich habe keine Ahnung... ...Kann ich ja gar nicht weg tragen. Hier unten scheint es weiter zu gehen. Geh ich mal umrum. Juhu, mein Begleiter ist zurück. Kann er gleich? Ne, ok. Ganz den Scheiß mitnehmen. Hohu, holen. Hohu, holen. Oh, da ist man hoch. Oh, eine Rüstung mehr. Gleich anlegen. War doch klar, dass die, die ich aus der Nähe auslöse, eine Falle ist. Scheint der richtige Weg zu sein. Hier wohin, gib mal, ich geb dir mal ne Healung aus. Ich hab echt kein Damage gegen die Ficken. Mein Frist, wie viel hab ich denn, ey. Ich hab schon über einen Milliexp. Nein, ich hab mich verfolgt. Ach, wär egal gewesen in welche Richtung. Perfekt. Jo, ich hab gemerkt, ich ne Stufe aufgestiegen bin. Ich kann die Nadelfalle nicht erhöhen, was mir eigentlich gerade ziemlich gut gefällt. Und ich mach auch meine Defense nicht hoch. Ich mach einfach meinen Begleiter hoch, dass er viel weniger Zeit braucht, um zur Stadt zu kommen. Denn den brauch ich echt. Boah, Verteidigung mehr hab ich auch gar nicht hoch. So. Hoch. Boah. Woah. Was für'n Unterschied? 4 in die Minimal und 8 in die Maximalmehr. Nett. der Zeit geht so durch sind wird aber dann läuft die Zeit weiter das ablocken Pooooow. PLEW. Für Dr. Nix. Nein, meiner nicht ausweichen. Ah, jetzt wenigstens ist die Physikon wieder da. Apropos Gegleiter zurückgekehrt, er kann gleich wieder die ganzen Sachen mitnehmen. 300 noch was, mal überlegen, körperlichen Schaden macht es definitiv mehr und es hat sogar einen Sockel drin. Schnelle Bewegung, Rüstung gegen ganz viel, höchstes Anglistempo. Ja, und ist es ein- oder zweihändig? Zweihändig. Gut, dann. Ah ja stimmt, ich bin ja in einer verlassenen Höhle, deswegen kann ich das hier nicht. aber dann habe ich bald eine neue Waffe. Piu, 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 piu. Schuuu! Ich freu mich so geil auf Diablo 3, aber es ist eine Schabe, es erscheint jetzt 2012. Der bestimmt auch noch am 21. Dezember oder wie auch immer das Datum der Maya war, wo die Welt untergehen sollte. Kein Weg, kein Weg. Viel Gesundheitswiederherstellung und hier ist drin 8. Ich nehme lieber den 8er, aber den lasse ich mal da, falls ich den nachher mal brauche. Bei Hund. Au. Ich bin jetzt schon über eine Viertelstunde, nimm diesen einen beschissenen Raum. Dieser einen Ebene. Dauert ja echt verdammt lang. Aber hier sind die Monster noch etwas schwächer. Hier kann man sich noch etwas hochleveln. Aber hier kann man sich noch mal auf��. Tom, Tom, Tom... Tom, 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 Tom... Tom, Tom, Tom... Piu... Tja, Tja, Tja! Tja, 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 Tja... Schöne, dass ich die Effektivität von Tränken auch um 20% erhöht habe. Dann halte er in 4 Sekunden nämlich nicht 1600, sondern fast 2000. Ich habe ein Leben von 1400. Schön für die Falle. ... Ratatatatata! Ihr Begreiter ist zurückgekommen. Kein' weg. Kein' weg. Kein' auch weg. Kein' auch weg. Kein' ist recht. Kein' auch weg. Kein' auch weg. Treppe nach unten Och ja, haut noch zeitlich hin Warte mal eben Zeug den Fraps-Counter auf einer anderen Seite, irgendwo anders Denn da oben hat er mir, wegen dem Namen, echt ging er mir deswegen etwas auf die Eier Habe ich ihn mir jetzt unten links in die Ecke getan? Kupfertafel! Genau, es waren nur zwei Ebenen, generell Eine lange und eine kurze Dazu passt auch nur einfach eine Eine mittlere oder eine kurze Auf ihn und Piu, Piu Ja, eh, mehr Ruhm Ruhm aufgefüllt, nicht rum, Ruhm Hey, gleich noch einer von denen ist so nett Boom, da war da Und Juuu, geschafft! Hallo! Da 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 Oh! Hihihi Ist ja gar nicht verbuggt, der Name, nein Aber lass uns mal in die Stadt gehen, mal gucken, ob hier was sinnvolles ist Ja, ich hab' die Schiff zu gehen und schüttchen Interessier mich nicht! Das hast du nun halt Selbstheilung 4 Kauf Auch wenn's nur gerne für mich ist Und ich brauche nicht brauche nicht Nein 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 Waffen hat die auch keine und Rüstung hat die eigentlich auch keine Nur die, die ich vielleicht gerade ja reingegeben habe Was? Kann ich bitte gehen Überlegen würde ich die Wahrscheinlichkeit 2% Einen neuen Sockel Gott Dank Genau das wollte ich So war das, oder? Um Edelsteine zurück zu erlangen Jo Denn jetzt kann ich mit dieser Waffe Da 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 12 Gesundheitswiederherstellungen pro Sekunde Perfekt Baby Ah genau Und ich wollte mal gucken Alle heilen 1 Selbstheilung 2 Und alle heilen 3 Alle heilen 1 Was macht eigentlich so alle heilen Stufe Halt den Zauber Na sieht man nicht Rechtsklick Um diese Fähigkeit zu leeren Nachher kann ich noch nicht Steuerungen links Um irgendwas zu löschen Ja alle heilen 1 So Er lernt 620 Jo Ist ganz praktisch Da kommt jetzt Selbstheilung 4 Selbstheilung 2 Und alle heilen 3 Perfekt Auf ins Potter Ah nee Hab ich noch Zeit Und alle heilen Ich kann nicht mehr noch ein paar Schmerzen Den Unser Segen Mal Ich kann nicht mehr Entfernen Segen Ich kann nicht mehr Segen Er Segen 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 Segen